Okay, aber was ist das denn hier? Das kenne ich noch gar nicht, was ist das denn? Kann man das überhaupt so abbauen hier? Was ist das hier? Was denn? Titan Crystal! Yo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zur fünften Folge Minecraft Titan bei mir und dem Mindjazz-LP, hallo? Hallo! Und wir gehen in 3, 2, 1, jetzt auf den Server. So, tack, da sind wir wieder. Servus! Da sind, sind wir wieder. So, okay. Ich ballere hier schon mal die Eisenöfen wieder hin. Okay, so, zack. Und ja, ich habe die Öfen ja auch wieder hingeballert, das heißt, ich knall jetzt hier das rein, so, zack, ganz schnell, so. Ähm, was muss denn da noch rein? Genau, Essen. Essen, Essen, Essen. Wo haben wir denn hier noch mehr Essen? Hier noch Essen. Ich ballere hier mal eben wieder Citrine. Ja gut, okay, wir haben jetzt, glaube ich, alles. So, ich mache mir jetzt erstmal ganz schnell das Schwert, wie in der letzten Folge gesagt. So, nice. Ich habe jetzt auch das Citrine, äh, Citrine, äh, Citrine, ja, meine Damen und Herren. Oh, hier ist einfach keine Kohle drin, sehr nice. Sehr gut. Da fehlt die Kohle. Kohle, Kohle, kalala. So, okay, ähm, wir müssen dann mal gucken. Ich schmeiße jetzt erstmal das Eisenschwert weg, das brauche ich hier nicht mehr. So. Guck mal, Justin, warte mal, willst du mal mit, nach unten kommen, ein Stück? Oder willst du da hinten weitergehen? Äh. Was machst du da überhaupt? Ich bin gerade, ich gucke hier gerade, äh, nach Rezepten. Ach so, ich dachte gerade, du timest aus oder so, weil du einfach nur auf, auf einer Stelle stehst, das dachte gerade schon, ey. Nee, ich habe gerade nach Rezepten geguckt. Wir könnten, äh, auf das Schwert, äh, wir haben jetzt 25% Giftchance und wir könnten da, äh, 25 plus 50, äh, machen. Und wie? Also, vier, äh, äh, Dings, äh, Päuschentränke hätten. Dafür brauchst du Spinnenaugen. Also, Spinnenaugen am besten mal aufheben. Okay. Ich mache hier unten jetzt mal die, ähm, Dingsdarmungsdarmung ein bisschen. Das war aber knapp. Ein bisschen, ähm, also ich mache jetzt diese riesen Lavaquelle mal ein bisschen zu, ne, weil so viel Lava brauchen wir ja hier auch nicht. Ich habe gerade so nach unten geguckt, bin einfach so rübergesprungen und so gucke nach unten und dann so, ach du Scheiße. Zum Glück bin ich da nicht runtergefallen. Ja, hier, da musst du aufpassen. Das müssen wir gleich vielleicht noch ein bisschen sicherer bauen. So, warte, hier ist Wasser. Ich hole mir mal, so, ich habe einen Wassereimer. So. Okay, jetzt muss ich aber auch ein bisschen ausleuchten, damit hier nicht direkt, so. Okay, ich mache hier echt... Lass mal ein bisschen Wasser von oben runter, ne? Ja, ich mache hier jetzt mal den Großteil zu, einfach. So, okay, ich hätte eigentlich das auch machen können, ne? Aber gut, egal. Ja, ich hätte mich auch gerade eben mit Wasser runterbauen können, aber ist ja egal. Ich habe jetzt einen ganzen Gang gebaut. Ach so, hast du eine Treppe? Ja, ja, ich habe eine Treppe gebaut. Ich nehme deine Treppe aber nicht. Ist mein Wasser noch da? Ja, easy. So, nice, okay. Ähm, voll gut, hier ist richtig viel... Oh, shit. Hier ist richtig viel, lalala, und dann kommt da auf einmal Lava. So, jetzt so nehme ich noch mit wegen Level. Ja, ich auch, genau. Welches Level bist du? 14. Okay, ich bin schon 16. Nice, gut. Dann kann ja nichts mehr so schief gehen. Ja, ich habe nicht ganz so viel Kohle abgebaut. Ja, so, okay. Oh, was ist das denn hier? Das kenne ich noch gar nicht. Was ist das denn? Kann man das überhaupt so abbauen hier? So, Level 15. Was ist das hier? Was denn? Das ist pink. Taitencrystal. Ja, nimm die mit. Nice. Nice, Alter. Ich glaube, da... Okay, geht doch. Ich dachte schon, weil die sind dann gebraucht. Ja, ja, ich habe auch gerade gedacht. Ach so, weil du im Wasser warst, oder? Ne, ne. Die brauchen trotzdem lang abzubauen. Ne, ich kann nicht viel schneller abbauen. Nein, ich hau da auch mit drauf. Du baust die nicht schneller ab als ich. Doch. Oder? Ne, wir bauen dich gleich schnell ab. Ja, nur deine Animation wurde nicht angezeigt bei mir, deswegen. Oh, shit. Jetzt ist sie kaputt gegangen hier. Rabotki, kapotki. Warte mal, ich packe mal die Titancrystal schnell in Safe Inventory, ne? Ja. Bei mir. Sicher ist sicher. Das ist das Einzige, was wir schnell in Safe Inventory packen sollten. Ja, CT-Uhr würde ich gleich auch noch. Das, was wir übrig haben, packen wir auch da rein. Ja. Also alles. Wenn wir sterben, dann können wir uns ja gleich wieder... Ja, genau. Dann können wir uns ja gleich wieder alles craften. Also alles, was man brauchen kann. Auch Eisen, alles rein da. Alles, was wir überhaben. Deswegen... Warte mal, wie viel Leder habe ich? Ich habe drei Leder. Wie viel braucht man für einen Backpack? Weißt du das so? Keine Ahnung, musst du nachgucken. Warte mal, ich suche mal eben kurz. Ich habe auch einen Leder. Ruck. Ne. Backpack. Welchen brauchen wir denn da? Den Small, Medium, Big? Guck einfach mal, wie der große... Wo brauchst du den Big? Da brauchst du nur zwei Leder. Aber da brauchst du auch ein bisschen Wolle für. Aber wir haben ja viel Wolle, ne? Und einen Goldbarren brauchen wir dafür. Ja, ich habe 26, also... Oder wir machen den Medium. Also entweder machen wir aus dem Goldbarren jetzt erstmal den Big-Rucksack, weil wir haben auch schon Gold. Oder wir über... Ja, das weiß ich jetzt nicht, ne? Ne, komm, wir machen einfach zwei Big-Rucksäcke und dann passt das. Dass jeder einen hat und dann, äh... Den Rest nehmen wir dann für Goldäpfel. Ja, und den Rest ballern wir dann einfach ins Safe-Inventory. Ja, dann lass doch mal eben gleich kurz nach oben gehen, weil dann machen wir hier noch irgendwo... Auf welcher Höhe sind wir jetzt? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich... Warte, ich gucke nochmal einmal kurz. Äh, 12. Das ist gut, wir sind auf die Erhöhe, auf 12. Schreib dir am besten auch gleich einfach die Zeit dazu, dann weißt du genau, wo du schwärzen musst. Warte mal. Ach, scheiße, ich habe gerade gar keinen Zettel und keinen Stift. Wo ist hier Zettel? Tom-Man-Rechnung? Egal. So. 5. 30 war das ungefähr. Gut, okay. So. Ich habe noch Lappis gefunden. So, okay. Erstmal immer aufschreiben, wo man schwärzen muss während der Aufnahme, ey. Ich... Richtig schlimm, diese YouTuber. Dauert ja nicht lange. So, da ist ein Gold. Gut. Ja. Wir dürfen keine OP. Da oben ist noch Zitrin. Ist es eh nicht so schlimm. Also dafür... Deswegen brauchen wir eigentlich eh nicht so viel Gold, weil wir brauchen auch Gold. So viel Zitrin brauchen wir jetzt aber eigentlich echt nicht mehr, weil selbst wenn wir sterben würden, hätten wir immer noch genug, um uns nochmal, ich glaube, vier Rüstungen zu machen oder so oder drei Rüstungen. Ja, also deswegen würde ich mal sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal kurz, wir machen mal eben ganz schnell, würde ich sagen, weil es ist ja nicht so unbedingt... Ja, ich weiß ja nicht, wie schnell die alle hier herkommen, warte mal, ähm, lass mal die eben kurz die Öfen von oben holen und die bauen wir dann hier unten hin und machen hier unten Slip Meinen, oder? Äh, welche Höhe war das? Zwölf. Ja gut, kann man machen. Das ist ja eigentlich die DIA-Höhe und, ähm... Ich weiß nicht, wie viel ist die, von 10 bis 16 oder so oder 10 bis 14? Ich glaube von 10 bis 12, dachte ich. Echt, von 10 bis 12? Oder von 10 bis 14. Warte mal, ich baue das hier mal ein bisschen safer. Ja, das ist leicht gefährlich. Kurz, und du kannst ja schon mal die... den Kram hier holen. Ja, ehrlich, nicht, dass wir hier runterfallen, das wäre so richtig dumm einfach. Äh, warte, ich muss noch irgendwas hier, Redstone brauche ich nicht, kann ich wegschmeißen. So, jetzt haben wir es hier. Ähm... Okay, nice. So, jetzt kann man da nicht mehr runterfallen. So. Ich habe sogar noch 27 Holz, habe ich gar nicht gesehen. Ich schmeiße jetzt erstmal Bruchstein weg. So, jetzt haben wir alles mögliche Gebratenes. Ähm, warte mal. Ach, warte mal, lass mal erstmal einen Rucksack machen, weil ich habe echt keinen Platz mehr im Inventar. Ja, ich, äh, also das alles kann ich auch nicht aufnehmen. Ja, warte mal, dann, ähm... So, wie brauchen wir... Hast du... ach, warte, wir müssen erstmal Gold braten. Ja, ich wollte gerade... Ich muss mal Gold braten. Kurz, einen Moment. Warte, ich gucke mal, ob das mit einem Eisen in den Ofen geht. Ja, geht. Ach so, geht das schneller dann? Ich weiß es nicht. Es sieht relativ schnell aus. Einen habe ich, einen habe ich. Ja, ich will jetzt auch einen. Ach, hast du mir Wolle zugeschmissen? Nö. Okay, dann hatte ich auch selber so viel Wolle. Ich habe auch 26 noch. So, äh, wie macht man das jetzt? Das ist gar nicht so schwer. Du musst, ähm... Mach am besten, äh, gleich zwei. Ja, dann schmeiß mir mal dein Gold zu. Und, äh... Und dein Leder. Genau, das ist eigentlich... Das ist voll einfach. Ich habe schon einen und den zweiten habe ich jetzt auch. Hier. Gut. Ja, nice, Alter. Da ist ja richtig viel Platz. Da ballere ich jetzt erstmal unsere ganzen, ähm, wichtigen Sachen rein. So, erstmal, ich ballere einfach auch alle Roherze und so erstmal rein. Ja. Also alle Erze, die wir so besitzen. So, was soll ich denn da noch reinschmeißen? Und Lapis. Und die Äpfel packe ich da rein. Lapis. Ich packe da auch ein bisschen, äh... Ich packe da noch ein bisschen Essen rein. Fleisch erstmal rein. Ja, genau. Ähm. Was brauchen wir denn noch so? Ich packe da jetzt erstmal Zuckerrohr und Neterquarz und sowas packe ich da auch erstmal rein. Äh, Fäden packe ich da mal rein. Genau, und Federn auch. Äh, genau. Brauchen wir Knochen? Ich weiß es nicht. Ja, für Weizenkörner. Wir könnten ein Feld machen. Ja. Ich packe meine Wolle da auch einfach rein. Ganz ehrlich, Hauptsache, wir haben genug Platz. Also wir können da auch so erstmal so die Neterwarze. Die brauchen wir jetzt schon. Ja, ich schmeiße da jetzt erstmal ein bisschen auch den Kram rein, den ich gerade nicht brauche. Ja. So, ich schmeiß das dann jetzt mal in Safe Inventory erstmal, ne? Ja, ich, äh, gleich, weil ich hier halt noch so, ähm, Gold und... Das Redstone brauchst du nicht, ne? Moment mal. Ne. Was ist los? Ich weiß nicht, was los war. Spotify hat gerade Werbung abgespielt. Also, keine Ahnung, da irgendein Lied, aber so Lieder höre ich nicht, also gehe ich davon aus, dass es Werbung war. Okay, nice. Fängt so einfach mittendrin an. Ich hab nichts gedrückt. Yo, Alter, jetzt kommen ein paar Leute hier. Okay. So, warte. Ähm, hier, der ist schon fertig. Den kannst du mitnehmen. Den einen da lass ich noch eben schmelzen und dann... Okay. Den kannst du auch abbauen. So, und das da, warte, ein Gold noch und dann können wir den auch gleich mitnehmen. Können wir den auch gleich verpflichten. So, dann pack ich hier gleich das alles rein. Down under die Kacke hier. Ich pack auch einfach mal den Eisenofen in den Rucksack. Genau. So, warte, dann nehmen wir mal eben das mit. So, wir können doch bestimmt noch mehr. Ups. Oh, du wirst in 5 Minuten werden wir schon gekickt, ne? Ja. Also jetzt schnell, hopp, 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 hopp. Immer Avanti, Avanti ist das hier ja in den Folgen, weil wir echt nicht so viel Zeit haben. Wenn wir verplempern, ist das blöd. So, Avanti, Avanti, schnell, schnell, hopp, hopp. Hättest du nicht einen Block herbauen können? Ja, hab ich mir auch gedacht. Aber gut, ist doch dumm. Okay, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal hier instant an. Ja, ich mache dann drei Blöcke daneben. Genau. Und pass auf, auf die Lava, ne? Hm. Also wirklich, pass auf. Ja. Auf alles. Also bau am besten ein bisschen und bleib ein bisschen auf Abstand dazu. Ich mache doch nur zwei hoch. Ich wollte erst den Gang drei hoch machen, aber dann kommt das ganze Gugel wieder runter. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, ich bin schon bei einem fetten Lavasee gerade angekommen. Ich mache mal ein bisschen Wasser da drauf. Ich habe Lava gefunden. Mr. Lava, Lava. Hm. Sehe ich da durch irgendwie was? Ne, das ist nur, das geht zur Schlucht wieder hin. Oh, ich habe noch eine Höhle gefunden. Alter, ich habe hier so einen fetten Lavasee gefunden gerade. Da oben leuchtet es, ist das eine Fackel von uns? Ne, das ist Lava. Ich habe noch eine Höhle gefunden, nice. Ja, ich, äh, beiler hier gerade. Zitrin baue ich jetzt mal nicht ab. Kurz das ganze Lava, die ganze Lava hier zu. Hier ist Lava und hier geht es mit der Höhle weiter. So, okay. Hier ist noch Laphis, das nehme ich mit. Da ist noch mehr Zitrin. Oh, Benni und Hauptner kommen auch noch. Alter, ey. Ganz viel Lava. Hier sind auch gerade richtig viele Leute, muss man mal sagen. Okay, was geht denn hier noch ab? Das Gold, ist das Gold, ist das Gold, ist das Gold. Ja, das ist Gold. Nehme ich auch noch mal kurz mit. Ich bin hier gerade bei einer anderen Höhle nochmal wieder. Das denn, wo bist du überhaupt? Hast du eine Höhle gefunden? Ja. Mit ganz viel Lava, hast du dir geflutet? Das bist du. Ja, das bin ich. Ja, ich habe die geflutet. Alter. Habe ich doch gerade eben gesagt, dass ich Lava flute. Ich habe nur die Fackel gesehen, ey. Da habe ich nachher diesen Namen gesehen. Du hast aber das Laphis nicht mitgenommen. Ach so, ja, gut. Okay, Entschuldigung. I'm sorry. Weil wir verzaubern, das ist echt gut. Aber, ja gut. Boah, hier fällt auch schon wieder 10 Kilo Laphis runter die ganze Zeit, ey. Du weißt nicht, wie mein Puls gerade hochgegangen ist. Hä, ist das euer Ernst hier? Was ist das? Mann, dieser ganze Laphis-Scheiß hier. Weg damit. So. Hallo. Na? Dann geh mal irgendwie jetzt auch zwei Blöcke einfach neben mir irgendwie. Okay. Wieder rein. Moment, da ist Lava. Ich glaube, hier komme ich bei Lava raus, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Okay, so. Kann ich hier dann bauen. Oh, nice. Gleich mal Gold gefunden. Sehr gut. Okay, mein Inventar ist auch erstmal wieder ein bisschen frei. Zur Not müssen wir halt noch mehr Backpacks machen. Ich würde jetzt echt gerne mal Dias finden. Ja, ich auch. Für mehr Backpacks brauchen wir aber Leder, ne? Ja, das finden schon noch ein paar. Sonst müssen wir halt nochmal einmal in die Oberfläche gehen. Titanohr wäre sogar noch geiler als Diamanten. Diamanten... Obwohl, wir haben ja schon acht Titanohr gefunden, ne? Das ist ja jetzt gerade immer... Ja, aber das sind ja Crystals und du müsst die... Ach so, ja, stimmt. ...die Barrieren ja noch gecraften. Und das ist ja teuer. Deswegen, man braucht ja krass viel Titanohr, echt. Echt? Muss man die noch... Man kriegt... Ich dachte, man kriegt... Hä? Haben wir nicht in unserem Test... Haben wir da nicht aus einem Titanohr ein... Also ein Dings haben wir es da noch gekriegt? Da bekommst du ein Crystal raus. Und da musst du aus, äh, mehreren Crystals musst du, äh, einen Barren machen. War das nicht so? Nee, ich dachte, aus einem Crystal kriegt man einen Barren. Müssen wir ja gucken. Aber dann brauchte man noch irgendwas anderes dafür, oder? Ich dachte eigentlich nicht... Man brauchte doch Obsidian und so dafür, oder? Ja, ja, ja. Irgendwas anderes auf jeden Fall. Aber halt nichts so weltbewegendes, was jetzt so mega schwierig war. Ja, gut, wir haben noch keine Dias, also... Ja, gut, ne, aber das... Wir sind in Folge 5 und haben keine Dias. Andere haben in der ersten Folge Dias gefunden. Ja, man, man muss auch Glück haben, wenn man Dias finden will. Das klappt nicht immer auf... Direkt, äh, von Anfang an, ne? Ja, das Glück ist nicht so auf unserer Seite. Nee, passiert. Oh, wir werden in drei Sekunden gekickt. Ich baue mal hier wieder ein bisschen ab, ne? Ich habe keinen Spielzakel mehr. Eigentlich wollte ich mich zu dir rüber bauen, und dann ging die Spielzakel kaputt. Ich komme einfach zurück. Oh, shit, warte. Hier, okay, hi. So, gut, das können wir so lassen hier, würde ich sagen. Dann, ähm, ja, war es das wieder mit dieser Folge Minecraft Titan. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Folge, in der sechsten, dann endlich mal Dias finden. Ja. Und, ähm, ja, wir sehen uns dann... Oh, shit, 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 shit. Nein, shit, jetzt bin ich schon gekickt. Ich wollte mein Ding noch ins Safe Inventory packen. Aber gut, egal, mein Rucksack wieder. Naja, gut, egal, passiert ja jetzt nicht mehr viel, wenn wir nicht da sind, ne? Ja. Gut, okay, macht's gut. Bis zur nächsten Folge, lasst einen Daumen nach oben da und bye, bye. Tschüss.